So da der Bastelzeit und heute wird es wieder ein bisschen größer. Ja offensichtlich ein kleines Paket hier mal wieder angekommen und wenn irgendwas in der Größe kommt, ja ist ja gut ich habe schon wieder zugegriffen bei Messgeräten oder ähnlichem. Ja, gucken wir einfach mal rein was wir diesmal uns geschossen haben und hoffen, dass es uns dann wirklich hier ein paar sinnvolle Funktionen bringt, die ich bisher noch nicht auf meiner Werkbank habe. Prinzipiell, wenn ich mir sowas hole, ist es meistens natürlich gebraucht, einfach weil Preis. Bei gebrauchter Ware bekommt man halt für dasselbe Geld meistens deutlich bessere Spezifikationen. Man muss natürlich auf moderne Sachen verzichten, also irgendwie Smart-Handy-App-Gedönse oder sowas, muss man hier natürlich nicht erwarten. Aber wenn dafür dann halt die Messergebnisse stimmen oder die technischen Spezifikationen sonst so, dann ist das doch gut. Ja im Inneren gibt es mal wieder die ultimative Mischung hier aus diversen Zeitungen. Nehmen wir die mal auf Seite hier. So, ich hoffe man kann es auf der Kamera noch gerade so erahnen. Hier unten ist das Messgerät. Was ist hier das? Ist das einfach nur Füller? Das war nur Füller. Okay, Messgerät hier und sogar ein Kaltgerätekabel. Hey, ja, why not? Gut, Messgerät ist aber tatsächlich der falsche Name, denn das hier ist, hier kann man es schon denke ich erahnen, hier steht nämlich etwas von System DC Power Supply. Ja, das ist Netzteil. Gut, ich befreie das mal hier von dem restlichen Geraffel und dann gucken wir uns das mal genauer an, was ich denn da habe. Ja, wenn wir hier gucken, da haben wir jetzt die Vorderseite. HP 6633A, ein DC Power Supply, also ein Netzteil, was bei dem aber anders ist oder ungewöhnlich für mich. 50 Volt, 2 Ampere, also 100 Watt. Ich hatte ja schon ein anderes Gerät. Das war zwar irgendwie Mobile System DC-Gedönse entsprechend genau, aber der kommt nur, wenn ich richtig im Kopf habe, bis 20 Volt oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen einschränkend. Ja, das hier ging gerade günstig auf einer Auktionsplattform durch. Ehrlich gesagt, ich hätte lieber noch eine Nummer größer gehabt. Das hätte dann zwar nur 1 Ampere, aber dafür bis 100 Volt. Das wäre cool gewesen. Augen offen halten. Aber das hier ist schon eine gute Erweiterung, bis 50 Volt hochzukommen. Ja, wir haben einen kompletten Line Switch hier, also das Ding hat wirklich einen Stromschalter, der alles ausschaltet, wie es aussieht. Display, wahrscheinlich LC-Display, so wie es aussieht. Ansonsten hier unten jede Menge Sachen, die es schon gibt. Und eventuell kann man da schon ein bisschen was erahnen, wenn es nicht System DC schon weggegeben hat. Nämlich hier hinten RMT, ADDR, SRQ. Das Ding ist netzwerkfähig über GPIB oder HPIB. Und ja, dafür habe ich ja schon ein Netzwerk. Von daher keine schlechte Sache, das hier schon mal zu haben. Ansonsten, ja, CV, Constant Voltage, Constant Current, Unregulated, Disabled, Over Voltage, Over Current, Over Current Protection, Over Temperature vermute ich und ein allgemeiner Error. Und wir sehen Volt und Ampere. Das Ganze muss man natürlich auch bedienen können und anscheinend hat es jemand bedient. Wenn wir nämlich mal hier rüber gehen, dann sieht das hier so aus. Wir haben erstmal hier unsere Knöpfe fürs Netzwerk. Also Local heißt also lokale Bedienung aktivieren, die Adresse einstellen und die Fehler. Dann haben wir hier On-Off für den Ausgang, Over Current Protection und Reset. V-Set, I-Set, um Spannung und Strom einzustellen. O-V-Set, Over Voltage. Ja, stimmt. Und dann entsprechend hier ein Keypad, um die Nummern direkt einzugeben mit Enter. Und wie wir sehen, hier hat schon mal jemand und irgendwie eine Kalibrierung anscheinend gemacht oder zumindest mal so eine grobe Prüfung. Okay, ich nehme das mal so zur Kenntnis. Das heißt also, ist jetzt kein Calibration-Sheet, aber zumindest mal die grobe Richtung. Sollte wohl stimmen, wenn das passt. Was wir hier vorne nicht haben, das ist, irgendwas um anzuschließen, wie auch bei vielen anderen von hier diesen System Power Supplies. Die werden meistens in Rack eingebaut, wo sie fixe Prüfungen durchführen. Entsprechend dann nichts vorne, sondern der Rest ist hinten. Da können wir uns auch mal hinbegeben. Gehen wir mal auf die Rückseite. Und da haben wir erstmal ein großer Kühlgrill. Das Ding dürfte linear arbeiten. Das heißt also, die Abwärme kommt hier hinten raus. Wir haben einen Output-Mode. Normal, NA oder Fast. Der Unterschied hier ist, bei Normal werden noch am Ausgang Kondensatoren dazu geschaltet. Das hat den Vorteil, dass wir weniger Ripple haben. Das heißt also, wir haben sehr viel weniger Schwankungen. Die Spannung ist stabil am Ausgang. Heißt aber auch, wenn wir einen Kurzschuss oder irgendwas haben, dann entlädt sich erstmal die Energie von dem Kondensator in eure Schaltung, die ihr hinten drin habt. Deswegen kann man auch Fast schalten. Fast heißt, er kann schneller reagieren, einfach weil nichts am Ausgang ist. Dafür muss man aber damit klarkommen, dass da mehr an Schwankungen drin sind. Daneben haben wir dann den Ausgang, wie wir hier sehen können. Plus minus 240 Volt EC max to Earth. Das heißt also, mehr sollten wir gegen die Erde nicht machen. Wir haben ein Plus Minus in der Mitte und Plus Minus Sense. Damit können wir entsprechend in der Ferne messen. Das heißt also, wir können von Kabeln zum Beispiel den Spannungsabfall wegrechnen. Wie unschärzer erkennen ist, ist da schon etwas dran und ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir uns nämlich die andere Seite mal holen, haben wir das hier. Das sind zwei Bananenbuchsen. Sie sehen erstmal regulär aus, aber wir sehen, hier gehen jeweils zwei Drähte rein. Das heißt also, in der Buchse hier findet der Sense statt. Das heißt also, was auch immer wir auf dem Display einstellen, kommt hier vorne bei den Bananenbuchsen noch raus oder Steckern. Und ja, alles was hier bei dem Kabel verloren geht, das wird entsprechend kompensiert. Ja, daneben haben wir dann noch den HPIB, AKGPIB, eine Fuse und last but not least hinten Line. Das Ganze ist ein Modell für 220 Volt. 240 wäre mir lieber. Aber hey, so viel sollte es eigentlich nicht ausmachen. Das Ganze glücklicherweise mit einem Kaltgeräterstecker. Damit können wir leben. Gut, ähm, prinzipiell würde ich sagen, das Ding ist jetzt einsatzfähig. Aber, äh, ihr kennt mich, wir nehmen es jetzt erstmal auseinander. Nur um sicher zu gehen, dass nicht innen drin noch irgendwas kaputt ist. Speaking of auseinandernehmen, so wie die Schraube hier aussieht, wurde das Ding hier schon ein paar Mal auseinandergenommen. Ich gehe ja also entsprechend nicht davon aus, dass da groß was noch mit Kalibrierung oder so stimmen sollte. Wobei ich ehrlich gesagt gerade auch nicht auf dem Schirm habe, äh, wie das überhaupt aussieht, wie genau das Ding sein sollte. Mir ging es hier ehrlich gesagt tatsächlich mehr darum, das Ding programmierbar zu haben über GPIB. Dass ich da entsprechend, äh, einfacher Tests machen kann. Ja gut, nehmen wir mal, was ist das? Hm. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier an der Seite? Wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir hier dieses braune Ding. Das ist auf der anderen Seite nicht, hat mich verwirrt. Äh, ich glaube, das ist ein Griff oder irgendwas. Hm, interessant. Auf der anderen Seite ist sowas jedenfalls nicht drauf. Von daher, doch, es ist ein Griff. Das ist tatsächlich ein Griff. Also wenn man das Ding irgendwie tragen möchte, hat man hier auch das nötige dafür dran. Naja. So, Trommelwirbel. Was haben wir im Inneren? Ich erwarte einen großen Trafo und hier dann ein paar große Kühlkörper mit Transistoren. Und dann natürlich entsprechend, äh, ein Board für die Stromversorgung. Äh, hier. Ein Board für die, äh, Logik. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Und eventuell hier dann noch irgendwo, äh, Eingangsbord. Wobei, wahrscheinlich eher ein großer Trafo irgendwo in der Mitte. Und nur ein bisschen lokale Regulierung. Und was bekommen wir? Ja, ja, ja. Fast. Das ist nicht ganz wie erwartet. Aber gut. Prinzipiell, wir haben hier unseren Kühlkörper mit den Transistoren. Wie wir sehen können, ähm, ist schon was älter. Die Bauform, die wird heute eher nicht mehr so benutzt. Die geben ihre Hitze an die Kühlkörper ab. Die Kühlkörper haben einen Lüfter. Der pustet das Ganze raus. Wir haben hier auch noch einen Switch drauf. Der entsprechend abschaltet, wenn das Ding zu heiß wird. Das hier ist eine sehr interessante Methode. Da hat jemand wahrscheinlich einen 4,7 Ohm, äh, ne, 47 Ohm Widerstand dazwischen gemacht. Eventuell, um den Lüfter langsamer zu bekommen. Äh, okay. Ich, ähm, notiere mir das mal so. Mal gucken, ob wir das so lassen. Äh, ich hätte es mal mindestens noch in den Schrumpfschlauch eingepackt an den Enden. Aber, naja, äh, wahrscheinlich werde ich eher gucken, ob wir den Temperatur geregelt hinbekommen oder sowas, wenn das sein muss. Gut, was haben wir denn noch hier? Wir haben die großen Kondensatoren hier am Ausgang. Also ich vermute, dass das der Ausgang ist. Haben tatsächlich hier hinten auch zwei, äh, Laschen, wo wir die Ausgangsspannung abgreifen können. Das hat damit zu tun, jup. Äh, gucken wir mal, ob wir es auf die Kamera bekommen. Hier sind zwei Löcher drin. Es gibt hier nämlich eine Option, dass man tatsächlich auch Front, äh, Ausgänge bekommen kann. Die könnte man dann hier hin machen. Wobei es dann keinen Sense gäbe. Also, ne, ich glaube, ich bleibe bei hinten drin. Was haben wir noch hier alles Schönes? Wir haben hier wahrscheinlich die Ansteuerung für die Transistoren, um entsprechend die Spannungen zu generieren. Äh, hier auch ein Widerstand. In Zement. Bop, 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 bop. Was haben wir noch? Hier ein bisschen Stromversorgung. Und dann hier der ganze Kram dürfte die Logik sein. Die dann auch wahrscheinlich hier vorne die ganzen Frontpanel und Taster abhandelt. Weil, soweit ich das sehe, gehen hier nur zwei Flachbandkabel drauf. Und, äh, ich sehe keine Prozessoren oder irgendwas hier auf der Rückseite. Im linken Bereich dann der große Trafo, wie erwartet. Und, äh, hier unten. Ah, nett. Ein Umschalter für die ganzen Spannungen. Das heißt also, wir können das tatsächlich in 240 Volt-Gerät dann ändern. Es ist schon auf 240 Volt gestellt. Nett. Was haben wir noch? Äh, haben wir hier irgendwo Datecodes? Lasst mal gucken. 1989, wie es aussieht. 89,18. Äh, noch irgendwo was. Da. 88. Ne, 89,06. 89,06. 89,06. 89,18. Also 1989 dürfte hier das hergestellt worden sein. Hat also jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Eventuell sogar schon Reparaturen. Weil, der Kondensator sieht mir nicht so original aus. Vielleicht, dass der sogar schon mal getauscht wurde. Vom Design her sieht der zu neu aus. Ja, gut. Ja, was Interessantes sieht man hier aber noch. Hier unten ist etwas, wo wir Dinge umstecken können. Und zwar Modus mit Tests. SA, NO, TST, NORM oder NO, C, PL. Naja, ist auf normal gesteckt. Sollte also passen. Gut. Was mich jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen wundert ist, dass es nicht Dinge gibt, die nicht bestückt sind. Um es mal so herum zu sagen. Ich hätte erwartet, dass jetzt hier irgendwas nicht bestückt ist für die 100 Volt Variante. Um die entsprechend da umzubauen. Respektive, dass sie nicht mehrere Boards für verschiedene Modelle brauchen. Ich meine, wir sehen hier, es fehlt ein Kondensator. Ja, okay. Aber sonst ist nicht viel drin. Außer vielleicht Dinge, die man heute nicht mehr findet. Nämlich zum Reparieren ist das ja auch cool. Wir sehen hier eine Schraube, hier eine Schraube und hier eine Schraube. So, das scheint es aber gewesen zu sein. Denn der Rest vom Board, das ist auch hier solchen Pins mit Löchern, langen Löchern. Das heißt also, man holt die drei Schrauben raus und dann kann man den ganzen Kram nach vorne ziehen ein bisschen und hoch und raus. Das heißt also, man hat viel weniger Schrauben, wenn man da mal irgendwas reparieren muss. Das findet man heute eher weniger. Ja, ansonsten, gut. Nehmen wir das Ding mal in Betrieb. Strom kommt hier rein, kommt hier hinten rüber, kommt hier, hier durch und dann hinten raus. Klingt nach dem Plan. Nehmen wir es mal in Betrieb. Gucken, was passiert. Weil das Display ist ja das Interessante. Display stand im Übrigen direkt dabei, funktioniert. Die HP-LC-Displays, die sind ein bisschen problematisch, weil die meistens speziell für hier dieses eine Produkt sind oder diese Serie. Das heißt, wenn das kaputt geht, kann man nicht einfach ein generisches LC-Display holen, sondern es wird dann ein bisschen problematisch, die zu bekommen. Hier ist es jetzt nicht ganz so 100% schlimm, weil man im Zweifelsfall immer noch per Netzwerk drankommt über dieses GPIB. Aber ärgerlich. Es wäre halt doch sehr ärgerlich. Okay, doch, wir machen den nicht direkt an. Denn da habe ich gerade einen kaputten Eingangsfilter gesehen. Da unten haben wir den kleinen. Ich denke, man kann gut sehen, dass dieser Helle da aufgeplatzt ist. Ich würde sagen, das hat es geriefert. Naja, dann habe ich jetzt wenigstens eine Ausrede, warum ich den ganzen Krempel hier demontiere. Der kommt auf jeden Fall raus. Und einmal neu. Was haben wir da? 0,22 Mikrofahrt. 250 Volt. Das sollte machbar sein. Okay, hilft also alles nichts. Der Kram muss irgendwie raus. Gucken wir mal, wie das hier geht. Das hier ist schon mal das Netzteil. Hier haben wir irgendwas mit Bias. Äh, da unten die beiden. Gucken, ob wir da... Ne, wir müssen tatsächlich hier oben den erst weg machen. Nervig. Aber gut. Nun, der ist nochmal... Ne, der ist nicht verschraubt. Okay. Das ist der Trafo. Der ist geslottet. Der wird nach hinten gedrückt und geht dann raus. Dafür gibt es hier an der Seite so ein paar Sechskant. Mal gucken, ob wir da drauf verzichten können. Wenn wir das Board ohne rausbekommen. Aber ich fürchte nicht. Okay, ich hole mir gerade die Serviceanleitung. Das wird mir zu heikel, weil die Sache ist halt hier das komplette Board muss raus. Ob ich will oder nicht. Und das ist halt zwar hier geslottet überall. Das heißt, ich kann es so aufmachen. Aber ich glaube nicht, dass ich das so schräg da rausbekomme. Wir meinten, wir können es mal probieren. Aber hey, machen wir den Rest auch noch gerade ab. Das heißt, einmal hier oben den Erdkontakt. Der auf jeden Fall Kontakt hatte. Zahnscheibe und gut festgemacht. So. Die hier zum Trafo rausziehen. Der farbige ist oben. Der und hier ist noch ein kleiner. So. Sonst noch irgendwas, was eingesteckt ist. Ich glaube nicht. Da unten haben wir noch einen Kabelbinder. So ein Twistlock. Der ist aber offen. Dann probieren wir uns mal. Im Prinzip vermute ich eigentlich, dass es rausgehen müsste. Irgendwie, weil hier ist ein Loch, um unten an die Schraube zu kommen. Das machen die ja mit Sicherheit nicht zum Spaß dahin. Boardmitte, Boardfront. Und hier hinten die Boardbackschraube. Das geht nicht nach hinten. Warum? Die Seite hier, die will sich bewegen. Hier auf der Seite will irgendwas nicht. Ja. Das scheint der GPEB zu sein. Ich dachte, weil der hier so aussieht, dass dieses Blech hier komplett mit rauskommt. Aber ist anscheinend nicht so. Man muss tatsächlich hier die rausmachen. Dann probieren wir das mal. Fuse. Ne. Die kann drin bleiben. Ne. Ne. Schraubenschlüssel oder irgendwas. Der passt nicht. Sag mir nicht, dass sind auch noch Zollgewinde. Natürlich sind es Zollgewinde. Haben wir denn noch eine Zange, die wir da nutzen können. Okay. Die kein Bockzange es ist. Mit schönen Gruß an den anderen Herren. Ich habe gehört, mit der kriegt man alles auf. Von daher, warum keine GPEB-Messbuchsen? Bisschen angedreht. Und können wir jetzt... Äh. Immer noch nicht. Okay. GPEB-Lose. Gibt es jetzt? Ja. Bord ist komplett nach hinten. Jetzt kann man das hier so rausholen. Aber wir kriegen es keinen Millimeter bewegt, weil wir müssen nach oben. Und nach oben ist nicht so lange, der drin ist. Und der geht nicht weg, so lange der da drin ist. Und der geht nicht weg, so lange der da drin ist. Die an der Seite hier drin sind. Und das sind dummerweise hier, wie gesagt, solche Hexschrauben. Die hier geht ja noch, aber die hier, die ist innen drin. Okay, ich gehe mal auf die Suche. Erst nach Service Manual, aber ich habe die Befürchtung direkt danach, nach dem passenden Schraubendreher für diese Sechskant-Dinger. Bah. Well, Service Manual gefunden. Das ist aber diesmal nur wenig hilfreich. Überraschend eigentlich. Normal war die mal recht gut. Da steht halt, ja, die vier Schrauben aus dem Bord rausholen und rausziehen. Hier sind nur drei Schrauben. Ja, ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Auch das Frontpanel ausstecken und nach vorne ziehen. Hier bewegt sich aber nichts nach vorne. Probieren wir es mal mit meiner Methode. Und versuchen hier den Trafo einmal rauszuholen. So, hier die beiden raus. Dann müsste der nach hinten irgendwie sich verschieben lassen und das Mittelteil freigeben. So, der eine hat schon mal ganz gut funktioniert. Der andere ist jetzt das Problematischere, weil der in dem Loch ist. Aber, ja, das passt. Wunderschön. Trafo. Trafo nach hinten. Das sieht gut aus. Also fast. Das ist ja auch Schrauben. Das sind auch. Okay, wenn wir die lockern, müsste es aber nach hinten gehen. So. Ja, komm. Jetzt aber. Komm. Ja. So. Das auf Seite. Interessant. Die sind anscheinend irgendwie nur gekrimmt und lassen sich drehen. Okay. Das heißt, der hier kann im Prinzip drin bleiben. Eigentlich müssten wir jetzt hier das rausbekommen. Gucken wir mal, ob ich da Erfolg habe. Wobei machen wir erstmal jetzt hier, wenn wir unten dran kommen, die Frontpanel-Konnektoren ab. Der, der von hier kommt, ist der linke, das andere ist der rechte. Okay. Alles lose, alles lose, alles lose, alles lose. Lecker. Irgendwo hängt er noch. Hier komme ich nicht weit genug nach hinten. Okay, der Trafo geht doch. Der ist im Weg. Ja, der wiegt ein bisschen Wasser. So. Ja, 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 ja. Komm. Nicht festhängen. Yay. So, endlich. Viel weiter kann man das Ding, glaube ich, nicht zerlegen. Aber hey. Den mal auf Seite. Und hier haben wir unser Board. Zusammen mit dem leicht lidierten Refa. Gut. Raus damit. Guck mal, ein Lötkolben. Sind ja nur zwei Lötstellen. Und was haben wir gesagt? 0,22 µ. Ja, es ist sogar ein Original Refa. 0,22 µF 250 Volt. Gerade mal gucken. Habe ich bestimmt noch da. Und jepp. Ich glaube, das müsste passen. Dann gehen wir mal auf die Suche und versuchen, das hier raus zu operieren. Muss hier natürlich ein bisschen aufpassen. Das Board ist sehr groß und der Kühlkörper auch. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das Board nicht zu sehr biegt. Irgendwann gehen die Traces halt kaputt. Ich gehe zwar davon aus, dass es nur zweilagig ist. Also, das kriegt man im Zweifel auch repariert. Aber... Bewege ich mir mal aufpassen. So. Bewegst du dich freiwillig, aber da müssen wir nachhelfen. Das Problem ist, da ist direkt der Erdungsdraht daneben. Das hilft da nicht. Und dass das Ding natürlich schon halb kaputt ist, auch nicht. Okay, die Seite ist raus. Die Seite auch. Und da haben wir ihn. Okay. Da haben wir das Board. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen Alkohol. Und ich glaube, hier muss man nicht viel zu sagen. Der ist, glaube ich, mal kaputt gegangen. Sieht nicht mehr ganz so heile aus. Lecker, lecker, lecker. Ansonsten, die beiden hätte ich natürlich auch gerne noch getauscht. Aber... Ach, ernsthaft. Zäuscht drin und kein Druck mehr auf der Dose. Äh. Das ist natürlich doof. Zum einen, ich habe nicht genau diesen einen Wert. Und zum anderen, das sind halt Y-Kondensatoren. Ich habe nur X hier auf Lager. Also bleiben sie jetzt erst einmal drin. Ich meine, sie sehen noch okayig aus. Hat halt ein bisschen was abbekommen an Schmodder hier durch die Explosion. Aber sonst... Äh, das müsste passen. Du wirst richtig dick Zeug drauf. Hä, war ja mal ein teigiges Gehäuses. Das lag offensichtlich hinten in der Ecke und war festgepappt. Ja, muss schon gut geboomst haben da. So, das muss jetzt erst einmal reichen. Ich hoffe, das passt so. Krallen wir uns mal einen neuen Kondensator. Gucken, ob das was bringt. Also ich meine, was heißt, dass es was bringt? Es wird wahrscheinlich nichts ändern, weil... Ich habe ja keinen Kurzschluss gemessen. Also wahrscheinlich hätte er trotzdem kaputten Ding die ganze Zeit funktioniert. Äh, aber... Muss ja nicht sein, ne? Ja. Ja, so müsste das passen. Tief genug drin. Äh, okay. Ansonsten auf der Rückseite irgendwas Interessantes. Äh. Hält sich in Grenzen halt hier in dem Bereich sehr dicke Traces für die ganzen, äh, Ausgangssachen. Hier sehen wir ab und zu mal ein Guard Trace, also wo vermutlich Erde oder sowas in einem Ring um andere Sachen gezogen wird. Einfach um Störungen zu vermeiden. Ein bisschen Stress auf dem Board gehabt bei den Verbindern hier, aber das sieht alles noch im akzeptablen Rahmen aus. Na gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns unser Ding mit dem neuen Kondensator. Kann noch mal kontrollieren. Ja. Der ist fest genug jetzt. Dann... Zurück damit ins Gehäuse. Okay. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ich habe was vergessen. Erde. Erde sollte man tatsächlich dran schrauben. Das wäre sonst schlecht. Wann? Und kurzer Sanity-Check. Die restlichen Schrauben müssten alle vom Gehäuse sein. Äh. Ich schätze ja. Okay. Dann würde ich sagen, Saft drauf und mal gucken, was knallt. Hoffentlich nicht sowas hier. Einmal reicht, ne? So. Was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Kaltgerätekabel. Haben wir hier. So. Gehen wir direkt an Netz? Wir gehen direkt an Netz. Wir haben Vertrauen. Ich hatte es ja gemessen. Und durch den Kondensator sollte sich nichts daran geändert haben. Mal davon abgesehen, dass es ja noch ausgeschaltet ist. Also. Äh. Strom an. Und. Okay. Energie ist drauf. Ich habe auch was knacken gehört. Kondensator hat wohl funktioniert. Dann. Daumen drücken und an. Daumen drücken und an. Okay. Das sieht gut aus. Lüfter ist angelaufen. 0,002 Volt. 0,001 Ampere. Also 1 Milliampere. Hm. Das Display flackert von mir aus gesehen ein bisschen. Aber. Wenn ich von gerade drauf gucke, geht es eigentlich. Ich glaube in der Kamera ist es auch recht deutlich. Wir haben mal Volt Set. 5 Volt. Enter. 4,994. Okay. Current. 1 Amp. Ist gesetzt. Address 4. Wissen wir. Error 0. Was ist hier on off? Äh da unten. Disable Constant Voltage. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Kommt kein Rauch raus. Scheint zu laufen. Ich würde sagen. Machen wir das Kabel nochmal dran. Und gucken was hinten tatsächlich. Moment mal. Wie kann da 5 Volt rauskommen? Ich habe gar keine Sense Line angeschlossen. Hm. Das ist seltsam. Na gut. Natürlich aufpassen. Hier ist an einigen Stellen Netzspannung drauf. Das möchte man vielleicht nicht irgendwo anpacken. Ja und ich würde sagen. Es ist nur fair, wenn wir dem HP Netzteil mit einem HP Messgerät hier zur Leibe rücken. Also nehmen wir uns mal das hier. Versuchen das mal hier anzuklemmen. So. Hi, low. Da dürfte jetzt aktuell nichts rauskommen. Weil ich nichts da. Das sieht richtig aus. Dann schalten wir es nochmal an. Dann müssten wir ja unsere 5 Volt was glaube ich bekommen. Jo. Moment. Jetzt sind wir im Disabled. Achso. Es ist einfach nur nichts eingestellt. Voltage Set. 5 Volt. Jetzt ist aber. 4,994. 4,9957. Ah. Close enough. 1 Millivolt plus minus. Das hier ist jetzt auch nicht wirklich warm. Das hier ist nicht wirklich warm. Von daher sind die auch noch nicht ganz auf dem Niveau, wo sie eigentlich hingehören. Kann ich mit Leben. Machen wir mal irgendwie hier. 10 Volt. 9,986. 9,992. Äh. Okay. 20 Volt. Ja. Auch relativ dicht dran. Und der kann ja angeblich bis 50 Volt. 50. So rum. 50,010. 50,002. Also alles zumindest in der richtigen Region. Wie gesagt. Wie genau es am Ende ist, das kann man in beiden Fällen noch sinnvoll kalibrieren. Ich glaube der hier ist halbwegs kalibriert. Aber wie gesagt ist jetzt noch nicht warm gelaufen. Von daher kann es auch sein, dass der ein bisschen draußen ist. Was mich ein bisschen stört hier bei dem Netzteil. Es gibt halt keinen Knopf, den man drehen kann. Man kann halt wirklich nur Zahlen tippen. Voltage Set 51. Macht er das? 51 Volt kann er auch noch. 52 Volt. Out of Range. Okay. 51,5. Out of Range. Ich glaube 51 Volt ist das Maximum. Das er da zulässt. Und hier auch 50,011. 50,008. Das heißt also 3 Millivolt, 3,4 Millivolt daneben. Das ist okay für meine Zwecke. Wir können natürlich noch den ISET mal gucken. Was der draus macht. Mal gucken. Wie können wir das denn testen? Machen wir hier ISET auf 0,002. Nee. ISET auf 0,01. Also 10 Millivolt. Den Voltage Set auf 1 Volt mal runter. Dass wir hier nicht so viel Energie dahinter haben. So. 998. Ich schließe den jetzt einfach hier vorne mal kurz. Erstmal um zu gucken, dass er in Dings reingeht. Ja. Er geht ins Current Limit rein. Das ist schon mal gut. Mal gucken. Habe ich hier irgendetwas, was ich als Last nutzen könnte? So 12 Volt Tape oder sowas. Das ist ja immer ein guter Kandidat. Dann können wir doch direkt mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Wie machen wir das jetzt? Wir gehen hier hin und machen ÖD-Name Ampere. Okay. Also ich habe jetzt hier Ampere in. Die andere Minuspol ist direkt am LED-Tape. Und hier machen wir das LED-Tape auf die andere Seite. Ich hoffe, das hält so. Wir sind hier bei 8 bis 9 Milliampere. Hier sind wir bei 9,6 Milliampere. Passt. Machen wir mal 1 Ampere. Hell wird's. 7,3,9 7,3,8,3,9 Ja, das ist alles im richtigen Bereich. Und wenn wir jetzt hier sagen, 0,5 Dann nimmt er auch entsprechend runter. Geht runter auf 10,711 Volt. 500 Milliampere 498 Milliampere Also auch hier 2 Milliampere daneben. Fein bei mir. So, und das Ding lief jetzt so eine Stunde in dem Modus. Es kommt nicht wirklich groß warme Luft hinten raus. Also ist alles noch okay. Trotz des Lüfters, der hier hinten ja eine Modifikation erfahren hat. Dann würde ich mal sagen, schalten wir mal aus. Bauen den Rest wieder zusammen. Und dann sind wir, denke ich, für hier das Ding auch erstmal fertig. Die LEDs sind im Übrigen definitiv wärmer als der Kühlkörper da hinten. Oder zumindest die Luft, die rauskommt. Und ich habe den Kühlkörper jetzt noch nicht berührt, was in der Aufschrift liegt. Ich gehe zwar davon aus, dass das tatsächlich dann etwas ist, was sich auf die größeren Modelle bezieht. Denn hazardous voltage glaube ich eher jetzt nicht bei einem 50 Volt Modell. Zumindest sollte da nichts sein. Würde mich sehr wundern, wenn da irgendwo was ist. Und Überraschung, wir haben nichts zu L, nichts zu N, nichts zu Erde. Das Ding ist also komplett in der Luft. So wie das auch sein soll. Das Einzige, was natürlich sein könnte, dass das wirklich Plus und Minus ist. Und... Ja, das scheint also wirklich ein Plus und Minus wahrscheinlich zu sein. Und ja, bei 50 Volt, ich müsste jetzt gucken, wo ist Berührspannung, Schutzkleinspannung für DC? Ja, sind wir da schon drüber? Ich meine bei 50 Volt noch nicht. Aber 100 Volt Modell, ja, das könnte dann sein. Na gut, ich habe eh nicht so das große Bedürfnis, da dran zu packen. Also machen wir den Deckel wieder drauf. Und gut ist. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir das Ding hier auch fertig. Ja, schön portabel mit dem Griff hier, wie man sieht. Na gut, vom Gewicht her vielleicht nicht. Der Trafo wiegt halt so ein paar Kilo. Ja, das Ding ist nicht sonderlich effizient, ist halt ein Linearnetzteil, aber dafür offensichtlich zuverlässig. Ich meine, das Ding ist, wie gesagt, 35 Jahre alt und klappt immer noch. Und ja, auch das, was rauskommt, dürfte wahrscheinlich ganz gut aussehen. Ich habe jetzt nichts gesehen groß mit Ripple und das, was wir einstellen, kommt auch plus minus ein paar Millivolt da raus. Und wie gesagt, ich habe es jetzt nicht groß detailliert getestet. Eigentlich geht das so. Und ja, gut. Ich kann damit jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Spannung rauskriegen. Wie gesagt, der 50 Volt, meine anderen ein bisschen weniger. Und vor allen Dingen, es ist halt durch GPIB programmierbar. Das heißt also, auch das Thema. Sollte man dann irgendwie hinbekommen und das Ding netzwerkfähig machen können. Gut. Ich würde mal sagen, ich schleppe das jetzt irgendwo hin, wo es nicht im Weg ist und hoffe, dass es dann ein bisschen länger das tut, was es soll. Okay. Vielen Dank.